Hallo Freunde der Blocko. Willkommen bei einer neuen Bad Wars Runde. Heute auf der Map Little C. Sehr nettes Team. 3 gegen 3 gegen 1. Also ich glaube ich werde jetzt jeden Tag im Let's Plays vom Bad Wars aufnehmen. Ja, ab und zu mache ich auch noch mal ein paar Zugvideos. Deswegen heißt der Kanal ja auch Trainspotter in der Webpfalz. Weil es hat was mit Zügen zu tun. Also Handy Let's Plays mache ich mittlerweile ja auch wieder. Ne, mein letztes Let's Play war ja noch vom Mobilgerät war ja noch vom Tablet und Minecraft Pocket Edition ist da so sch... piep. Ähm, ja, das hat's halt so rumgelegt in der Aufnahme. Deswegen nehme ich jetzt nur noch hier am PC auf. Ja, jetzt geht's aber zum Gold. Oh, Essen holen, damit ich nicht verriecke. hier. Sticks. What the fuck? Nice. Ne, nicht nice. Okay, jetzt geht's auf, geht's auf, geht's auf. Ich bin lieber hier oben. Nein! Ah, so ein Mist. Hier was für Hacker. Das müssen nur Hacker sein. Ich... Ich mach mir jetzt wieder... Ich mach jetzt lieber wieder... Okay. Na irgendwie... Please. Jetzt Like, ich werde... Bau schon wieder. Juste... Applaus L estudio, Alicia. Ich muss euch noch umhörer schon habe ich das dann überstehen wenn ich habe mir jetzt so viel bronze ab wie ich kann damit ich mir ein ganzes inventarfall klatschen kann also auf 7 die runde die habe ich auf jeden fall verloren also wenn ihr wollt also wenn ihr wollt dass ich jetzt halt videos machen womit ich kommen wo ich kommentare verlese schreibt mir irgendein schreibt einen kommentar oder gibt mir 15 likes werden reichen also ab 15 likes oder kommentare oder kommentare das machen soll oder er machen soll dann werde ich es auf jeden fall machen ich freue mich sogar schon weil ich hab schon so viele kommentare also wie das geht wenn ihr hier blöcke gleichzeitig kriegen wird wie ich jetzt gerade dann wird es nicht so lange dauert einfach um links shift und mausklick gleichzeitig das wird reichen schon einquartieren ja erstmal ein bisschen gewechselt machen ja erstmal ein bisschen gewechselt machen dann mache ich auch an der kräfte weit von dem mit das haben als er wieder so kopf also mache ich einfach so kopf schlechter kommentar kopf ab gut um netter kommentar belohnen 1 die abgust hat ich meinen abonnenten ja wieder zurückgegeben also habe ich auch wieder abonnenten ja wer netter kommentar geschrieben hat der bekommt halt von dem wird der kopf halt dran gelassen böse kommentar kopf ab netter kommentar kopf dran also eigentlich im normalen minecraft wenn das nicht umbenannt wäre da wären das ja ziegel gewesen tja ich werde erstmal hier die ganze base zubauen also bauen bin ich mittlerweile besser geworden also die letzte runde hier auf dem server hier auf dem server könnt ihr euch ja noch angucken da könnt ihr auch sehen wie ich halt mit dem bogen voll abgesnipert hab manche denken ja auch ähm ich kann nicht also die die mich überhaupt schon mal bogen schießen gesehen haben die die ja ist jetzt auch nicht mal so wichtig ja ich ich kann es nicht so versichern ob ich diese runde gewinne tja was macht er mit endstein so habe ich das hier dann was so riech na so ja die stripe an sicherung gegenseitig ab Haben die mal wenigstens was zu tun, anstatt da noch Gold zu sneseln? Was macht der von Quatsch? Nein, da fällt schon der nächste runter, der Kiff. Ist das nicht dieses Shit? Okay, ich möchte halt alleine durchkommen. Ob ich das wohl überleben werde? Ups, ein schlechter PvP-Moob, der schon mal beim Rumschießen gewonnen hat. Ich muss jetzt allein durchkommen. Hat er das Bett überhaupt zugebaut? Ja. Ey, nein, es mit Drohnen. Tja. Zu meinen letzten Partlet's Plays, da war ich sehr leise. Ha, die wollen nicht hören. Die haben sich das Beste bestimmt immer zum Schluss aus. Ich mach noch ein paar Zimmerchen hin. Halt, da ist da ein Hacker oder so. Wenn ich mal einen Hacker sehe, werde ich das an SKZ oder einen anderen Hacker-Show-Typen senden. Aber SKZ ist auch ein guter. Also das mit dem Kopf ab, das ist nur, ähm, in Minecraft, aber nicht in Wirklichkeit. Ja, in der Pistenhaus-Toilette von Name-Metros hat er nämlich dasselbe gemacht. Deswegen, ähm, hab ich, hab ich mir ausgedacht, hm, wenn der das gemacht hat, versuche ich's auch mal. Also, dann mach ich's wieder an Normalköpfe oder die Spielerköpfe von denen. Ich glaube, ich will mit gleichem Spitzakunde bei dem Weg ab. Ich muss mir mal eine Level 2 holen. Ich muss mir mal eine Level 2 holen. Ich muss mir mal eine Level 2 holen. Mas, ich muss mir mal eine Level 2 holen. Okay. Vielen Dank. Also wenn ihr noch eine Folge von Minecraft Creator sehen wollt, dann schreibt es auch in die Kommentare. Und 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 dann schreibt es auch in die Kommentare.